Ganz hinten kommt dann, trotzdem noch Witz an den Ball, Bayings, die hat eine gute Ballan- und Mitnahme und was für ein Tor, spektakulärer Abschluss, kann man mal so machen und alle Flippe natürlich entsprechend hier aus, das war sensationell gelöst, erstmal noch, wie hat sie den Ball holt, der erst nicht ankommt und dann ein kurzer Blick von Jill Bayings und der sitzt astrein, ab ins lange Eck, Bayings, Traumtor hier am Freitagabend.